Wollen wir die von hier stripen? Ja, ich bin gerade dabei, dass sich mein Damm beruhigt. Warte mal, ich leg mich auch mal hin. Wir können uns mal gleich absprechen, welches Ziel du nehmen möchtest. Du weißt, du musst höher gehen, ne? Ich glaube, unter dem dritten Punkt sogar noch. Jo, werden wir gleich. Oder wir testen mal den dritten Punkt, mal gucken, ob das klappt. Ja, müssen sowieso testen. Also, ich würde sagen, ich nehme den... Ganz links, oder was? Ganz rechts hätte ich jetzt eher genommen, hinter dem Schornstein den, 851 Meter. Gut, dann nehme ich mal den mittleren. Obwohl, ich nehme auch mal links den am Schornstein. Okay. Okay. Kommen wir ausprobieren. Wollen wir runterzählen? Ich würde sagen, einfach Feuer eröffnen. Okay. Nop. 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 Bei mir ist er geglitscht. Ich sehe gar keinen Einschuss. Ich auch nicht. Die Waffe kommt gar nicht bis dahin. Ne. Ne. Keine Chance mit der Waffe. Doch, ich weiß nicht. Du musst richtig hoch. Du musst den Strich nehmen. Jetzt gucken sie zu uns. Welchen Strich? Ähm. Die schießen. Oh Gott, oh Gott. Auf mich. Ne, bei mir schlagen die Schüsse ein. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Da kommt die Kugel an. Na toll. Na das. Haben wir nicht bedacht. Unsere Waffe hat so ein kleines Kaliber. Ja. Und ist halt halbautomatisch. Genau. Das bringt nicht wirklich was. So. Jetzt muss ich mal Damm erst wieder beruhigen. Du kannst schon wieder schießen. Also ich bin zu ausgepowert. Ich habe mich gerade erschrocken, weil du gerade gesprochen hast. Du hast gerade gesprochen. Entschuldige. Kein Problem. Boah, ganz knapp. Ich habe den ersten getroffen, aber der lebt noch. Ich treffe nur den scheiß Stein. Ist einer down? Ne, ich habe einen Headshot gemacht, der lebt noch. Kann nicht sein, ey. Wir sind wieder verkackt. Die Waffe ist echt blöd. Hätten wir mehr Magazine mitnehmen müssen. Oh ja. Ne, da trifft man ja gar nichts auf die Entfernung. Ne, die Höhe habe ich. Ne, also ich kann auf die Entfernung mit der Waffe nichts anfangen. Ich muss mich mal hinlegen hier. Ich treffe nichts sonst. Gezittert. Ich muss weiter runter. Ich habe keine Chance von da. Aber wer schießt auf mich? Ich weiß. Aber wir sind jede Menge Bäume. Aber wenn ich mich jetzt treffe, dann... Ich gucke mal, ob hier unten noch welche im Wald rumlaufen. Das wäre eher so in dem Bereich, den ich treffe. Alter, ich treffe die nicht. Ja, ich sag ja. Oh. Auf mich. Hm. Und dann wissen wir ja schon mal, was für eine Waffe hier ist, ne? Nur eine Waffe auf mittlere Distanz. Ja. Auf jeden Fall. 300 Meter und dann ist die gut. Ja. Hm. Und hier würde ich nicht rangehen. Oh ja. Oh ja. Oh, der schießt auch weiter auf mich. Oh ja. Oh ja. Oh, der schießt auch weiter auf mich. Ich renne mal mit Deckung Wald nach links. Jedes Mal, wenn ich mich hinhocke, schießt er wieder. Ja, der hat dich einmal im Fokus jetzt. Ich habe wohl nicht mal viel Schuss. 43 Schüsse habe ich noch. Ich habe noch, ich habe noch das erste Magazin gar nicht aufgebraucht. Da habe ich noch neun Schuss über. So, also immer unser Ziel jetzt vorausgesetzt, ne? Renne ich jetzt links dran vorbei. Oh. Durch den Wald runter. Entfernung 500 Meter. Äh, 590 Meter. Ich versuche irgendwie unten auf halbwegs freies Gelände zu kommen, auf die Straße. Und mich dann da hinter einem Baum oder ähnliches zu verschanzen. Dann mal gucken, ob ich bis dahin komme. Ich habe definitiv aus der Entfernung, wo du jetzt bist, keine Chance. Also ich kann da wirklich nicht zielen. Das ist dann nur Glück. Und ich denke mal, wenn dann eine Kugel bei denen ankommt oder sowas, hat die so wenig Kraft. Ja. Ich habe auch schon getroffen. Den einen habe ich zwei oder dreimal getroffen. Der lebt immer noch. Ja. Das ist dann. Dass das schon gar nicht mehr passt. So. Bin ich denn hier? So. Ich bin jetzt leicht oberhalb des Hafens, links von Dallno. Ja. Immer zielen natürlich statt. So. Schausschützen sind auch dabei. Ich habe mich in SVD gehört. Okay. Ich bin auch mit 600 Meter jetzt nah dran. Ich schieße jetzt wieder. Pass aber auf. Nicht, dass du schon so nah dran bist bei den Zombies, ne? Ich kann mich nicht auf Kleinigkeiten jetzt konzentrieren. Das ist das Magazin leer. Ich glaube, ich werde beschossen. Und da bist du. Headshot. Headshot down. Ein Ziel weniger. Aber wir brauchen hier wesentlich mehr Munition. Mit der Waffe. Ich bin bei dir. Mhm. Jo. Okay. Ich war schon das Weltmeister. Echt erledigt? Das war keine Frage, mein Schwatz. Also ich habe nur einen einzigen auf dem Dach von hier. Oh. Was? So ne Hoshis, Alter. Die schmeißt schon wieder die Polenballer hier raus aus dem Fenster. Oh. Gott, ey. Ich habe beinahe einen Herzinfarkt bekommen gerade. Kann ich mir vorstellen. Jetzt machen die hier Silvester. Oh, Weltkrieg. Ich mach mal kurz Fenster zu. Naja, mach mal. So. Wo bist du jetzt hingelaufen? Äh. Drei Bäume weiter links. Oh, da. Da hinten sehe ich jemanden laufen. Da hinten sehe ich jemanden laufen. Also von zu. Ah. Ah. Ich habe ihn. Okay. Oh. Er schieß auf mich. Die Kugeln sind ziemlich stark und angeschlagen. Der ist jetzt hinter dem Scrap, ne? Ja. Mhm. Ich habe gerade einen Headshot verpasst, aber er lebt noch. Also die Waffe ist für solche Kämpfe echt scheiße. Ja. Lebt noch. Hat sich hingelegt hinterm Baum. Ja. Ich kann ihn gar nicht mehr sehen. 338 Meter. Direkt rechts von dem Scrap, ähm, Auto. Ja. Den meine ich auch. Hinter dem Baum. Da liegt er. Ja gut, wenn du den im Fokus hast, dann gucke ich auf andere Ziele. Nicht, dass wir hier um... Jetzt bewegt er sich. ...wandert werden. Auf da. Headshot. Wunderbar. Meiner. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, das ist eigentlich schwachsinnig. Wenn wir doch ein Ziel haben, dann können wir das auch gemeinsam ausschalten. Genau. Wenn die Waffe schon kacke ist. Eben. So, irgendwo hatte ich jetzt gerade noch ein Ziel da. 425 Meter. Wo hast du ihn? Äh, ne, wird mir nur angezeigt. Ah, da oben auf dem Dach. Ähm, siehst du nicht von deiner Posi. So, ich sehe hier. Zwei Leute. Sehe ich da. Also, ich habe ein Ziel oben auf dem Dach. Headshot down. 3-1. Komm, mach hin. Äh, 3-0. Toll. Ja, ich sehe den da hinten nicht. Ich komme da nicht ran. Ja, klar. Schieß hier mir in den Kopf, oder was? Ich gucke in die andere Richtung. Ja, das ist irgendwie blöd, glaube ich. Also, ein Baum sollten nicht zwei Leute als Deckung nehmen. Das ist minder produktiv, denke ich. Ja, jetzt haben sie auch im Visier. Du kannst weiterschießen, ist mir egal, wenn du mehr hast. Du, ich habe meinen eh schon erledigt. Ich sehe nur im Moment kein weiteres Ziel. Headshot. Ich hätte schon weiter geschossen, aber ich sehe kein Ziel. Headshot. Kratz. Beide Leute. Wo? Auf dem Dach, die wir zuerst geschossen haben. Ach so, ja okay, die sehe ich ja von hier nicht. Den anderen auf dem Dach hattest du bestimmt schon erledigt, ne? Ja. Also, ich habe gerade einen auf dem Dach erledigt, aber... Gut, dann müssen wir irgendwo rumlaufen. So, wo laufen wir jetzt hin? Gute Frage. Ich würde sagen, erstmal noch ein bisschen campen und gucken. Vielleicht mal einen Baum nach links, Baum nach rechts oder so, aber... Im Großen und Ganzen erstmal noch nicht bewegen. Wenn du gerade deinen gesehen hattest... Ähm, wenn du... Hier entlang guckst... Zwischen den... Also, wo die drei Bäume sind, die hinteren drei. Zwischen den linken beiden auf dem Dach. Ganz links vom Dach, oder wie? Beim Schornstein. Äh, genau. Okay, dann gibt es noch einen auf dem Dach. Okay. Den müssen wir aber dann weiter links oder so scouten. Nicht wundern, ich guck mal eben Richtung Hafen runter, ne? Ach du, jetzt rennt der da auch noch hin. Okay. Ich hole dich dann gleich mit der Mi ab. Jo. Ich hole dich mal. Das Problem ist, das sind die Zombies hier. Eigentlich gar nicht. Ich bin zwei Bäume hinter dir. Hm. Also, beim Hafen ist keine. Vielleicht war das eine andere Quest. Ja, die war auch ziemlich lange aktiv. Kann sein, dass sie sich bis dahin natürlich... ...ein bisschen weiter verteilt haben, ne? Könnte ich auch so. Ich weiß auch gerne, wie viel das sind, eigentlich. Hm. Aber das werden wir sehen, wenn wir gleich alle erledigt haben. Vor allem, wir sind bei 50%. Das geht wirklich nur noch darum, die zu killen. Ich seh' keiner. Ich geh' mal zurück in den Wald. Und geh' von dir aus gesehen rechts rum. Näher ran also, ja? Ja, aber durch den Wald. Dass ich mal ne andere Schuss-Posi kriege, weißt du? Ja. Ich hab' noch 24 Schuss insgesamt. Ich hab' 44. Noch 14 im Mech und noch eins. Ich seh' bisher aber nur einen einzigen Zombie. Und der ist im Moment noch ganz brav. Wir wissen aber auch nicht, in welcher Umfernung die um Dall nur alle rumschwirren, ne? Gut. Ich bin der Meinung aber, einer stand auf der Hauptstraße. Ist das nicht der eine Pendler gewesen, den wir da gekillt haben? Ne, ne. Den mein' ich nicht. Da ist noch die andere Straße. Bitte sag' wenn du mitläufst, ja? Du hast doch gesagt, du sollst hier rechts rumlaufen. Nein! Ich habe gesagt, ich laufe rechts von dir rum. Tut mir leid, da hab' ich dich falsch verstanden. Hm? Ich hab' verstanden, ich soll nach rechts. Na, ich geb' dir doch keine Befehle, hallo? Noch bin ich hier nicht zum, äh, Gruppenlieder ernannt. Ha, 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 ha. Ich weiß nicht, inwiefern die auch in den Häusern vielleicht sein können. Hm. Ich bin noch weiter nach rechts unterwegs, ne? Parallel zu den Glanbeisen gehe ich... Glan... Äh, Bahngleisen. Nicht, Glanbeisen. Bahngleisen. Kennst du unten die Eingangs-Pforte von der Stadt? Das wird mein nächstes Ziel jetzt gleich sein. Eingangs-Pforte? Hm, ja, das ist auch so. Auf der anderen Seite von den Bahngleisen. Okay. Achso, ja. Ich weiß schon, was läuft. Da sind so zwei... ...Steinhäuser... ...mit ner... ...Panzersperre, et cetera. Und ich bin der Meinung, bei der Straße hab' ich noch jemanden laufen gesehen vorhin. Aber halt nicht beim Eingang, sondern in der Stadt. Mhm. Okay. Weiß ich, ob das doch der war, den wir erledigt haben unten, oder... ...doch noch einer ist. Kontakt. Mitten auf der Straße, Hauptstraße, wie du sagtest. 335 Meter. Headshot down. Ja, was war? Also 335 Meter.